Willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Crysis 2, dem Herrn Lück, den man nicht sieht. Und der läuft jetzt mal hier lang und guckt, was er... Ah, das ist diese komische Waffe wieder. Soll ich die mal nehmen? Ne, eigentlich ist die... Oh doch, doch, komm, komm, die nehmen wir. So. Laden wir gleich mal nach. Das ist nämlich die, mit der die mich außer Gefecht setzen. So. Oh, was ist denn das hier? Keyvolt gegen Keytech. Nee, Keyvolt, komm. Ja, ist alles sicher, na klar, Jungs. Hahaha, Blitzfutzi. Oh, ich weiß halt nicht, was das bringt. Ach, wir sind nicht nur... Komm her. Ah, schöner Sound. So, hier, nimm das. Oh, oh, oh. Mensch. So, nimm das. Achtung, und... Jawohl. Hahaha. Nimm das. Und du nimmst das. Und du nimmst das. Oh, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das nehmen. Achso. Was hab ich denn jetzt für Waffen? Ah, den hab ich auch noch. Hey, hey, hey. Nimm mal das. Nimm mal das. Schluss jetzt. Sag mal, diese Keyvolt, wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Wer hat mich denn? Wo bist du? So. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Oder was geht denn? Oh, das ist natürlich auch eine schöne Waffe. Was hab ich denn noch für Waffen? Ah, das müssen wir schon mal gucken. Ich hab das Maschinengewehr. Und ich hab diesen komischen. Wir tränen das aber. So, was zum Teufel? Ja, ja, ja. Da fragst du dich. Was zum Teufel ist hier los? Mann am Boden. Mann am Boden. Okay. Ach. Scheiße. Huch. Ihr braucht Unterstützung. Ach ja, genau. Warte. Tarnfeld aktivieren, bitte. Wer ist denn? Erledigt. Er ist im Gebäude. Ich wiederhole. Prophet ist im Gebäude. So macht man das. Oh. 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 Hulala. Was soll ich denn machen hier? Greifen. Und? Ja, bringt doch nichts. Was habt ihr denn hier für Waffen? Okay. Ah, okay. Nehme ich mit. Ich nehme alles mit, was geht. Kann man mal die Lampe ausschalten hier? So. So. Die geht nur auf den Keks. Alle Lampe. So. Wieso hat denn der mich... Oh. Oh, super geiler Trick. Oh. Du Kunde, ey. Das finde ich nicht in Ordnung, was du machen wolltest. Fetzt. Brauchen wir aber nicht. Gibt's denn sowas? Gibt's mal die Lampe aus. So, was haben wir denn hier hinten? Gibt's hier irgendwas? Ja, hier gibt's nun jetzt schon. Das ist gut. Oh. Die kenne ich ja noch gar nicht. Speckops-Jaggle. Speckops-Jaggle. Aber wir machen Kimmecon. Scheiß auf dieses, äh... Dreck, mit diesem Dreck. So, wo muss ich denn hin? Ah. Hier kann ich erst mal meine Granaten auf... Ah, das brauche ich nicht. Das nützt mir nichts. Das heißt, ich gehe hier durch die Tür, oder was? Nee. Ich muss hier andersrum. Ich muss hier andersrum. Das war der falsche Weg. Hier geht's doch lang, oder? Die Fresse. Wo geht's jetzt hier lang? Wo geht's hier lang? Hier geht's zwar runter, aber... Ähm... Ach, ich muss das benutzen, ne? Hm, ist klar. Ich bin doof. Ach, das ist der Vorstuhl. Ja, wir auf das hier. Das Terminatio. Äh... Yes! Machen wir. Und wir machen uns mal unsichtbar. Doof, verdammt der Wirt. Ich trinke mal lieber noch ein Stück Kaffee hier. Das ist ja spannend. Hargreave Rush. Das ist der Konzern. Hier ist die Zentrale. Hier ist ein Checkpoint. Das ist geil. Checkpoints liebe ich. Aha. Energie niedrig. Dann lassen wir sie mal aufladen. Hab ich das Upgrade überhaupt aktiviert? Hier. Aktivieren. Dann geht das doch schneller. So, wir machen uns mal... Benutzen. Upgrade mit Bio-Reparatur. ...tun. Wer? Telefon. Oh, was macht ihr denn? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, wir gehen mal da drüber. Boah, die ist gut, die ist gut, die Waffe. So. Okay, Alcatraz. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus Neustadt... Klapper, klapper. Hm. Scheiße. Das sieht nicht gut... Oh, Mann. Das sieht nicht gut aus. Rapture geht in den Arsch. Oh, oh. Wir machen mal... Ich kann gar nichts machen. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Kunde? Oh, Scheiße. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, Scheiße. Oh. Oh. Okay. Ich komme. Okay, ich komme, ich komme. Oh, verdammter Dreck. Eine Palastrevolution gerade jetzt. Diese Idiot. Okay, Alcatraz. Verschwinden Sie von dort. Ich kümle mich jetzt locker. Wir unterhalten uns auch noch. Delta 6, halten Sie die Stellung. Oh, Mann. Wir haben keine Wirkung beim Ziel. Dauerfeuer. Macht Sie den Misskerl fertig. Oh, Mann. Was ist denn das? Ah, Mist. Daneben. Komme ich hier lang? Shit. Ich muss hier lang, ne? Ja. Ich hoffe, das ist nicht verkehrt, bis ich das schon ganz im Weg nochmal laufen muss. Das klingt schon... Oh. Ich muss mich hier leider raushalten, Jungs. Ich kann euch nicht helfen. Oh. Halleluja. Gefahr? Oh. Wo ist Gefahr? Äh, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Aber hoch. Rein. Weg hier. Okay. Okay. Junge, Junge. Was passiert denn hier? Das ist der Hammer. Ich stoße an der Central Station zu Gino. Ja, das klingt wahrscheinlich einfacher als es ist, ne? Soll ich hier lang gehen? Hey, bist du Freund oder Feind? Geil. Geil. Ich habe einen... Oh. Oh, was ist das denn? Oh, oh. Klingt nicht gut. Tarnfeld aktiviert. Das ist immer gut. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Ach, du Schande. Ja, das ist alles Blödsinn. Ach, du Schande. Was bist du denn? Oh, nein. Der ist echt riesig. Aber wir könnten folgendes machen. Wir könnten dem ein wenig ups und ah, das wäre ja zu einfach gewesen. Okay, bist du Platz oder bist du nicht Platz? Und weg. Oh, der will nicht. Und jetzt, jetzt kriegst du eine. Ich glaube, das war's. Yes. Ups. Okay, Baby. Habe ich jetzt Nano oder was? Oder kriege ich was? Yes. Wie viel? Wie viel waren das jetzt? Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ja, machen wir gleich. Ich wollte mal gucken. Ach so, ich kann nicht gucken. Gut, okay. Äh. Nach Überlebenden suchen. Sie haben 15 Minuten. Höchstens. Hey, Anzugtyp. Hierher. Sind Sie der Typ, von dem Chino geredet hat? Ja. Ist nicht wer oder was Sie sind. Aber die haben das noch nie gesehen. Ich auch nicht. Könnten Sie jetzt in der Central Station brauchen. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Oh, oh. Alles klar. So machen wir das. Bis demnächst mal. Bye, bye. Ciao und Tschüss. Hier ist Colonel Barkley an alle Teams der Marines im primären und sekundären Einsatzgebiet. Ich will einen kontrollierten Rückzug zum Bahnhof und unterwegs sammeln. Unser Ziel ist die Evakuierung aller Zivilisten und Verletzten. Und wir halten den Bahnhof so lange, bis das erledigt ist. Sie haben höchstens eine Stunde, um hierher zurückzukommen. Danach müssen Sie zu Fuß nach Hause. Tempo ist jetzt entscheidend, meine Herren. Wir verlassen die Stadt. Okay, Barkley. Du klingst wie Bruce Willis bei Stub Langsam. Bis zum nächsten Mal. Er braucht Glück. Tschüss.